Herzlich Willkommen im Tottenham Hotspur Stadium, liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuss, neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie daheim kommentieren und wir zeigen heute eine Begegnung aus der Premier League. Tottenham Hotspur gegen Arsenal. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel, geht bei den beiden Mannschaften noch gar nicht anders. Nummer 30, Rodrigo Bentancur. Nummer 21, Dijan Kuliseleski. Tolles Stadion, Buschi, und tolle Fans. Erleben wir hier ja immer wieder, die unterstützen ihre Jungs einfach, wo es nur geht. Das ist ein Riesenspektakel. So will Tottenham Hotspur also heute in die Partie gehen. Im Tor heute Hugo Lloris. Eric Dyer spielt neben Ben Davies in der Verteidigung. Rodrigo Bentancur steht neben Pierre-Emil Heubier im Mittelfeld. Und der einzige Stürmer ist Harry Kane. Und da haben wir die Startformation von Arsenal. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Und da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Tottenham Hotspur gehört zur Spitzengruppe des englischen Fußballs Boucher. Und das will aktuell wirklich schon was heißen. Ja, die Bundesliga wäre sicherlich froh, wenn man so eine breite Spitzengruppe hätte. Aber klar, die finanziellen Möglichkeiten im englischen Fußball sind einzigartig. Starker Aktion. Er lässt den Verteidiger stehen. Da trennt er ihn fair vom Ball. Romero. Der Vorstoß hier über Harry Kane. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, Ball ist weg. So, was machen sie draus? Jetzt sind sie am Ball. Rodrigo Bentancur. Matt Doherty. Jung-Minson. Vielleicht die Führung jetzt. Das Derby hat sein erstes Tor. Tottenham hat es gemacht und wir sehen die Freude. Wir sehen den Jubel. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück. Und dann ist Harry Kane, der Torschütze aus kürzester Entfernung eiskalt. Da zeigt er, was er als Klebser alles drauf hat. Ja, auch am Spielfeldrand große Freude über diesen Führungstreffer. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. War sie gut. Ball erst mal weg. Er entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Granitschaka. Und er gibt abseits. Das war eng. Matt Doherty. Holbjerg. Schöner Vorstoß. Das könnte durchaus gefährlich werden. Da ist er zu früh losgelaufen. War nichts zu übersehen. Abseits. 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 Thomas. Ball bei Party. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Holbjerg. Ben Davis. Kane. Gebe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Der landet beim Torwart. Thomas. Voller Einsatz hier. Sie haben den Ball. Ja, ja. Ohne große Mühe. Den Ball abgefangen. Exzellenz ist Dribbling. Klasse Szene. Aber den muss er besser verteidigen. Block den Schuss erst mal ab. Da kommt die Ecke. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Kane. Ben Davis. Holbjerg. Ah, guter Steilpass hier. Aber dann holt sich die Abwehr doch noch den Ball bei diesem Steilpass. Xhaka. Vorne jetzt die Balleroberung. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Ja, der Schuss jetzt. Guter Versuch, aber kein Tor. Ja, sah vielversprechend aus, aber es fehlen die entscheidenden Zentimeter. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz, aber das kümmert sich offenbar überhaupt nicht. Sie haben sich diese Führung erarbeitet mit Effizienz, mit Einsatz und Ballbesitz ist eben nicht alles, ne? Der Vorstoß hier über Harry Kane. Jung in Song. Kane mit dem Treffer. Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Sie bauen geduldig auf. Und dann zeigt Harry Kane, wie gut er gerade aus kürzester Distanz ist. Er macht das Tor, lässt sich überhaupt nicht beirren. Ganz entspannte Minen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für Sie. Was macht er draus? Jetzt die Flanke an den langen Pfosten. Sie klären. Es gibt noch zwei Minuten oben drauf. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Sieht gefährlich aus. Platz für die Flanke. Flanke kommt kurz. Dankbarer Ball. Ungefährlich. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Besteht 2-0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Bislang lief es richtig gut für Tottenham. Mal sehen, ob das jetzt auch so weitergeht. Rodrigo Betancourt. Ben Davis. Heubier. Klasse Einsatz, aber kommt er auch an den Ball. Martin Oedegaard. Vorteil jetzt für Arsenal. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klasse-Keeper. Ecke wird kurz ausgeführt. Ball ist unterwegs. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Er passt gut auf und hat den Ball. Gefährlicher Steilpass. Ball kommt gut. Ja, könnte was werden. Da entscheidet er auf Vorteil. Er entscheidet auf Freistoß. Und das ist eine gute Position. Torhüter ist da. Kein Problem bei diesem Freistoß. Das könnte was werden jetzt. Rodrigo Betancourt. Sie machen zu. Ah, das war wichtig. Kein. Da setzt er sich gut durch. Und den Ball hält er problemlos. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Thomas. Oedegaard ist das. Der Ball ist im Haus. Das gibt einen Wurf. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Er spielt den Pass zurück. Nicolás Pepe. Den Ball hat er. Könnte den Konter geben. Guter Pass jetzt. Herrlich bringen sie da den Ball. Blitzschnell nach vorne. Und dann dieses wunderbare Tor. Alles, aber auch alles richtig gemacht. Er hat alles gepasst. Und sie dürfen zurecht jubeln. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3 zu 0. Klasse Technik. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Er hat Platz zum Flanken. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Brauchbare Kopfwahl. Aber der geht neben das Tor. Er gibt dem Spieler die Chance weiter zu spielen, aber da kommt er nicht mehr richtig in Tritt. Also dann doch Freistoß. Also dann doch Freistoß. Ben Davies. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Lackerset. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Kain verliert den Ball. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. jetzt der Vorstoß. Rodrigo Betancourt. Schöne Aktion. Schöne Aktion. Steilpass. Und die Situation ist wieder bereinigt. Pepe sehen wir da. Chance jetzt zur Flanke. Sie bekommen den Einwurf. Jetzt kommt hier der Wechsel. Direkt wieder zurück. Ah, da geht er vorbei. Und damit ist der Ball weg. Steilpass. Gefährlich. Kane. Da ist die Chance. Was für eine Parade. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das Tor hier machen müssen. Aber der Keeper? Sensationell. Ecke in die Mitte. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Und jetzt werden sie wechseln. Ecke kommt in die Mitte. Da konnten sie nichts draus machen. Edwin. 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 Kitz, ja. Oedegaard ist das. Martin Oedegaard. Ball ist weg. Klasse Pass. Harry Kane. Kane den muss er machen. Er versucht mit dem Heber. Ah, Latte! Was für ein Pech! Das wäre ein super Tor gewesen, toller Lupfer. Damit hat dieses Derby einen Sieger und der heißt Tottenham. Was für ein Sieg, ausgerechnet im Derby. Zeigen sie sich in Glanzform. Von diesem Triumph werden die Fans noch lange schwärmen. Wie lautet dein Kommentar zum heutigen Spiel von Eric Haynes? Sah ganz gut aus, ne? Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Bis zum nächsten Mal.